Wenn du was sagst, dann kriegen sie den. Ah, tut sich langsam was. Ja, weiß nicht, passiert. Wo ist denn hier los? Wow, ok, ich bin, warte... Ja, ich steh am... Ja, Rolls ist dunkel! Das führt gerade alles wieder neu... Ja, also wir sollten auf jeden Fall direkt mal pennen, dann, ne? Ich bin halt voll starving, ne? Also bei mir ist auch... oh ne, jetzt ist bei mir dunkel. ich kann nicht kann trinken so viel ich will ich lustig obwohl ich die ganzen dinger sind wer ja die kommen gleich wieder das dauert ein bisschen das hatte ich auch immer gut 3 sehr schön sehr schön und mir geht es gerade echt hart so es ist wieder hell was ein wunder man könnte als feuerzeug ausmachen so habe ich eigentlich das habe ich das und ich werde sterben warum wirst du sterben weil ich durstig bin und ich kann trinken und es passiert nichts ich habe mega damit schon ich durstig bin tomtom hilf mir was kann ich tun jetzt ich weiß dass er so heißt aber dieser hilferuf gerade was soll mir den schmerz beenden komm her ich hau dir mit nackst eine rein ich kann dich nicht leiden sehen das tut mir leid geht das nicht ich habe schon zwei dosen genommen die funktionieren nicht je gut ich habe mich jetzt nun mal geheilt aber ich sehe trotzdem damage wenn ich nochmal speicher vielleicht obwohl den bug jetzt speichern vielleicht auch keine so gute idee oder bis irgendwie vergiftet oder so gibt sowas in der richtung auch schon ja komm klopp mich mal um geht das überhaupt geht das überhaupt du blutest zwar aber es passiert irgendwie nix ja doch ich will dich schaden doch jetzt bin ich gleich tot guck dir den mars halt an der ist total hinterlistig und jetzt jetzt lass mich ich komm vom flugzeug aus wieder hierhin ok also ich geh am flugzeug und komm von aus wieder weil ich glaube wenn du mich wiederbelebt ist der bug immer noch da was war das denn die letzte zockung jetzt ist wieder ok jetzt ist wieder vielleicht wir hängen dich auf ja was wir hängen mich was hier geht hier geht hier geht wir brauchen was zu essen ja genau wir müssen lieber denn schläge haben da brauchen wir hey uncool die bäume sind ach ne doch nicht cool ich hoffe mal dass ich meine sachen jetzt wieder aufsammeln kann ey dass das auch buggy ist oh ich habe da ein viecher am arsch warte ich komme in deine richtung ah ich glaube der ist weggegangen ich bin nur gehört wieder so das hieß der trevor oh scheiße wir sind drei Viecher drei Viecher damit hier uuuuuh Daniel ran ohhhh das leckt das ist echt ärgerlich bei dem Spiel ne dass man hier keinen dedicated server machen kann oder so in die richtung ja oh gott dann käme alles mal ins kraft wieder beim legen also die wasserplätze sind bei mir trotzdem alle leister bei euch hier drin wie du bist tot wie der duck wie der duck wenn wir dann aus dem Viecher rumlaufen hat sie doch ja hat sie hab ich wiederbelebt hab drei getötet voll hat er da nicht mehr den geklaut ich klaue nicht ich organisiere oh oh ich muss paar pillen nehmen also mir gehts jetzt wieder gut ich bin nicht mehr lustig ich geh mich nur mal eben abwaschen ich bin blutig braucht ihr die Leichen noch? nein sorgt du dir mal der Marcel ist unser Leichen entsorger wer weiß was der da mit macht was hat er was hat er was hat er in dem Fall wirst du auch gar nicht trinken da kommt schon wieder so eine frau sagt Brina warte ich komm ich hab schon ich hab schon die Axt angeschmissen Anne Brina weg da rennt die Axt weg einfach so einfach so einfach so einfach so einfach so die rennt einfach wo rennt die hinten? auf Speed die ist auf Speed die ist auf Speed ja ja würde ich sagen ja machen wir wo es von mir gerade auch ein bisschen laggy ist wieder alles aber das geht schon ja das liegt aber im Spiel alles da kannst du nichts machen im Moment Gesundheit Slacks hab ich keine mehr mit aber trinken aber ich hab noch genug Bären in der Tasche also von daher komm mal ruhig los hab ich einen dabei sooo ja erst können wir in der Höhle auch wieder was finden ja dann gehen wir mal wieder zur Höhle ach hier liegen noch die Panzer hier gibt noch Schulddrücken ja aber man kann ja nur einen Panzer nehmen leider weißt du man kann zwei riesen Baumstämme nehmen aber nur einen Panzer weißt du hey cool hier läuft der kommt ja komm Fußball ja was ist ein Dribbling aber guck die hängen da hier schon hinten am Arsch der Welt ey und wir ja das ist unser Survival ja hier funktioniert jetzt ob wir da runter kommen das klingt das Aussehen und wir beide da nicht runter gekommen sind ey ja wir haben halt still naja genau das wird sein ja hier kann man auf jeden Fall hoch oder da hinten halt ey gerade krass hast du gerade irgendwie noch was anderes an ich hab nichts mehr an nee außer Monitor und Computer bei euch leckt das nicht so? ne nein kannst hast du nen Download laufen? ne hab ich nen Download laufen? ich guck mal eben wer nix grad hat ne ist auch kein Download ne wie ist das denn? ne ja mein stream läuft auch nebenbei mit da dürfte eigentlich kein Problem sein mach die einfach mal alle aus hier nebenbei mach die einfach mal alle aus hier nebenbei geht's dann besser? oh ja doch sieht schon direkt besser aus alles klar guck mal ja speichern auf jeden Fall ist ne gute Idee na können wir nicht mehr rennen? ne ich bin aus der Prüste ne kannst du mich ja hochgepackt nehmen soll man nicht direkt bei der Höhle speichern? hier ist wieder ein Topf gewesen ne? ich geh keinen Ball holen der meduletzt gerade ein bisschen ja ne krebs hat manchmal über den Ball Hallo Jessi bist du wieder undicht oder was? hehehe hehehe ich hab aber 35 FPS ich hab keine Ahnung warum das so leckt vielleicht wieder die Leitung bei dir? nö damit war ja alles in Ordnung hatten wir geprüft gehabt sahen sie sahen sie ah die wollten nur raus hier kam dann auch wieder was streng ja dann streng nochmal ich hab keine Dynamiken mehr eine Zeitbombe ich weiß nur halt nicht wie man sie aktiviert ja auch mit E ich dachte hier ist was zu sprengen oder? war dann so weit? ja war ein Stück hier ist Muschiklaus wo ist denn das zum Sprengen? warte hier hier Daniel komm mal ich hab grad mein Ding ganz angeschmissen wo ist der Muschiklaus? ok warte mal ganz gut und wie geht's dir Jessi? ich hoffe ein bisschen entspannt am Wochenende jetzt muss ich machen oh oh ich glaube hab ich zu weit geschmissen kann das sein? nee keine Ahnung kommst du mal umkippen? auf jeden Fall meckert irgendwo was ne und wir müssen doch nicht um was meckert denn hier so? halt die Schnauze ah geht doch siehste man muss doch was gesagt haben also die Eingeborenen hören schon mal auf mich wenn ich sage halt die Schnauze hält er die Fresse hey hier ist ein Schiff alles gut soweit das freut mich oh sogar mich kann den Korn wir reparieren es und weg soll man auch das große nehmen sind wir noch in den Containern vorbeigelaufen? jetzt sind wir grad echt zu lange gelaufen ja ja wir sind ja so aber das ist hier gleich schlecht Samy ist schlimm weißt du wie weit ist noch? das war echt ey und jetzt und jetzt sind wir schon da und jetzt sind wir schon da sind wir jetzt da sind wir noch nicht aber ich muss mal sind wir jetzt da? ich muss mal im Wald hier weißt du ich muss mal dem Blatt G genau hier haste ein Baum 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 soll man im Lagerfeuer bauen? da bei dem Dorf war das und dann wir was zu essen machen wir haben jetzt das Schatzalager vor ja wir haben ja nie oh alter sind denn die Steine grad alle hier? und die ist auf jeden Fall eine Weltreise ich kann mir nur ich kann mir nur durch machen ja ist nur so ein provisorisches jetzt aber das reicht ja um eben schnell durch zu machen komm sofort wir machen grad hier durch hella auch einen drauf ich bin schon froh dass man sich hier nicht abbeinbrechen kann wie in 7 days ey nimm dir sicher auch zwei mann shooter computer kaputt wie jetzt reingegessen du sau ok nochmal hier am Zelt speichern wenn das geht was hast du denn jetzt wieder für ein Bug? dann nicht auf E drücken doch warte so ich hab nochmal hier am Zelt gespeichert so wir kommen wir haben schnell noch was gefuttert Feuer zerstört ach hier wieder so ein Ding zerstört wieder so ein paar Dingens ein paar ah hier sind die Hütten ok warte warte wir sind gleich da uaaaaa alter oh krass das ist ja nun schon wieder ich hab mein Bein gebrochen kann mich anders fragen? alle hier schreien danke du wolltest mich eben auch nicht huckepack nehmen warum? hä? wann? hab ich gesagt nimmst du mich huckepack wo du gesagt hast du bist so langsam ja hab ich gar nicht gehört oh das speichern ging uns aber schnell wann da los? jetzt da runter wo habt ihr denn Achiel? bei den Zelten bei den Zelten genau ich komm da runter alle unten schon? ne ich bin noch oben wow jetzt wirds wieder laut das plätschert so sehr jetzt muss ich auch pinkeln wo seid ihr langgelaufen? warte ich mach mal kurz ne Fackel ich mach ne Fackel ja ja hier ist nämlich noch ne schnur ne da gehts noch weiter runter ok da ist die schnur noch weiter runter joo da ist aber die sportive also Inger hat mich der Vokulang schon ja ich weiß nicht was ok welchen Katzenstreu kannst du mir denn empfehlen? kommt nämlich im Februar ein oh cool ich benutze das wie heißt das nochmal? prämieren prämiere oder wie das heißt ich such das gleich eben aus zuerst hier dann schick ich dir den Link das ist super das ist ein super klumpstreu also wir sind auf dem Weg ja ich bin auf dem Weg bei mir sieht das so aus als hätte ich vier Arme weil irgendwie der oder diejenige die unter mir ist die Arme sind auch sichtbar das ist feucht hier unten feuchtraumgebiet ich bin unten ich war schon mal liegt warte auf euch so wir schauen was